In der Besprechung im Hotel hat er gesagt, dass wir im Grunde, wenn wir die gleiche Leistung zeigen, die wir gegen Fürth gezeigt haben, das Publikum von Beginn an Bedingungsluft auf unserer Seite sein wird und dass wir eben dann zu 99%iger Wahrscheinlichkeit unser Ziel in dem Fall dann den Klassenerhalt erreichen werden. Und da haben wir alle dran geglaubt und schlussendlich haben wir alle dann Recht behalten. Vielen Dank.